Polen weiht neue Autobahnen Richtung Kaliningrad ein. Polen hat einen Teil der neuen Schnellstraße S7 von Gdansk in Richtung Kaliningrad eingeweiht. Die neue Schnellstraße wird Gdansk mit Elblom verbinden und verkürzt die Fahrzeiten erheblich. Der Rest der neuen Schnellstraße wird Ende Oktober der Nutzung übergeben. Der Straßenbau begann im Jahre 2015. Die Kosten belaufen sich auf 2,6 Milliarden Slotty.